Ja, hallo allerseits. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Die ID2020 ermöglicht das. Ich meine, wer heute Abend seinen digitalen Impfpass nicht dabei hatte, der steht jetzt halt vor der Tür. Und ich begnüge mich mit dem Monolog und Selbstgespräch und was auch immer. Ich bin traurig. Und genauso traurig war meine Großmutter, als sie sich kürzlich auch auf dieses omnipräsente Coronavirus überprüfen ließ, das ja als Grundlage für ID2020 fungiert. Und zwar nach dem Test hat sie eine Rechnung in Höhe von sage und schreibe fast 1000 Franken erhalten. Sie dachte erst mal, das muss die Rente sein. Ich habe ihr dann gesagt, das geht auch viel, viel günstiger. Man kann sich für einen Euro auf Corona überprüfen lassen und zwar mittels dem Münztest. Bei Kopf verlierst du deine Freiheit und bei Zahl gewinne ich die Kontrolle über dich. Ja, wenn ich mir die PCR-Diagnosen von Corona-Krankheitsverläufen anschaue, dann erkenne ich einige Zusammenhänge. Aber eine Kausalität sticht hervor. Und zwar mit jedem Tag ändert sich das Krankheitsbild wirklich strange komplett. Also hier am 21. Tag haben wir keine Infektion. Am 22. Tag ist es ein schwerer Corona-Fall. Mit jedem Wechsel der Unterwäsche also ein anderes Krankheitsbild. Christian Drosten sagt dazu, ja klar, gegen Ende des Verlaufs ist die PCR mal positiv, mal negativ. Da spielt der Zufall mit. Ein afrikanischer Staatschef hat es mal drauf ankommen lassen und hat eine unbeschriftete Papaya-Probe in ein Corona-Labor eingesendet und das Resultat war Corona-positiv. Ich kann hierzu nur sagen, seht euch das mal an, wenn man eine Papaya nur schon mal im Faktor 10 zu 1 vielleicht mal anschaut, ist es eigentlich eh nicht zu übersehen. Diese Corona-ähnliche Geometrie, die sollte jedem von uns auffallen. Und ich selbst war dann da von meinem Fruchtsalat und der wurde mir dann wirklich zum Fruchtsalat. Also ich rate jedem davon ab, sowas zu essen. Und jetzt hier, Corona-Test mit Münzwurf. Ich habe mich etabliert, habe meinen Verwandtschaftskreis ein bisschen durchgetestet, meine zwei kleinen Nichten auch. Und interessanterweise, je mehr Tests ich gemacht habe, desto mehr Infizierte habe ich festgestellt. Und dann habe ich diesen beiden, noch ganz kurz by the way, sofort die Ausgangssperre verhängt und habe mir überlegt, ist es allenfalls eine Test-Epidemie. Je mehr Tests, desto mehr Infizierte. In den USA bin ich fündig geworden. Hier sieht man, je mehr Tests, desto mehr Infizierte. Das ist ziemlich proportional die negativen und die positiven Testresultate. Aber wenn man das natürlich so anschaut, hier einfach nur die Kurve anschaut, merkt man, denkt man, wow, wo ist der Impfstoff? Und ich selbst bin natürlich froh, Bill Gates hat uns versprochen, dass er wirklich genügend Impfdosen produzieren möchte, dass es für die ganze Erdenbevölkerung reichen sollte. Ich habe mir überlegt, kann ich das irgendwie mitfinanzieren? Die Steuergelder reichen noch dazu niemals aus. Und inspiriert hat mich dazu natürlich eben, die Mäuse in meinem Keller, die legen sich eben den Käse auch immer selbst auf die Falle. Und deswegen habe ich gedacht, gibt es Möglichkeiten zu spenden und so. Und tatsächlich, jeder kann hier mitspenden, damit diese Zwangsimpfung durchgesetzt wird. Und zwar muss ich sagen, für alle Skeptiker unter uns, wer jetzt denkt, ja, da gibt es Nebenwirkungen und so. Ich selbst wurde damals bei der Schweinegrippe-Pandemie auch geimpft. Und es hat wirklich nicht die geringsten Nebenwirkungen hinterlassen. Es gibt Leute, die sagen, die Impfungen sind gefährlich und so intravenös verabreichtes Aluminium, also per Impfung, ändert oder schädigt bis zu 200 biochemische Prozesse im Stoffwechsel des Menschen. Das kann ich sowas von, sowas von nicht nachvollziehen. Es gibt auch Leute, die sagen, dass der RNA-Impfstoff, der gegen Corona entwickelt wird, uns genetisch verändern würde. Ich sage nur, das glaubt doch kein Schwein. Echt im Ernste. Okay. Ach ja. Und, by the way, im Trinkwasser sagt man, ist 25.000 Mal weniger Quacksilber erlaubt, als in GlaxoSmithKline Grippe-Impfstoffen gefunden wurde. Und das ist genau der Grund, warum ich das Zeug auch nicht trinke. Das hat überhaupt kein Aroma. Da muss schon anderes Zeugs her. Ich zeige euch mal, was das bei mir jeweils ist, wenn ich eine Party feiere. Das geht ab, sage ich euch. Das haut rein. Gut. Also. Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Mal im Ernst. Wenn in Indien allein in den Jahren von 2000 bis 2017 490.000 Kinder nach einer Polio-Impfung an akuter Schlafverlähmung erkranken, wenn in Kenia Millionen von Frauen gegen ihren Willen mittels einer gefälschten Tetanus-Impfkampagne chemisch sterilisiert werden, ist das definitiv nicht mehr zum Lachen. Und das sind auch nur Beispiele, die einfach mal so oben abgeschöpft sind. Ich frage mich, wozu sind Impfungen überhaupt gut? Oder was taugen die überhaupt? Jim Carrey aus den USA hat es so zusammengefasst. Jährlich sterben ca. 150 Menschen an herunterfallenden Kokosnüssen. Aber seien Sie getrost. Medikamentenhersteller entwickeln dagegen einen Impfstoff. Folglich, meine lieben Damen und Herren, es gibt noch eine Zukunft für uns. Ich selber schließe mit der Frage, was ist die Kurzform von scheiß Impfzwang? Richtig, Schimpfzwang. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.